Hey Freunde, wir machen ein neues Video, also Justin und ich und wir wollen euch heute mal meinen BMX vorstellen. Also hier haben wir eine ganz normale Kette mit hinten einen ganz schön kleinen Ritzfeld und vorne auch einen ganz schön kleinen Ritzfeld drauf. Hier haben wir einfach ein Metallpedal, einfach ein Sattel und einfach ein Reifen. Hier ein Reifen, der Rahmen ist aus Metallrahmen. Hier habe ich so, da kann man das Lenkrad die ganze Zeit drehen. Meine Bremsen sind mit Bautenzucht. Ja, alles besser. Ja, das ist eigentlich ein Fahrrad. Hey Leute, ich drehe jetzt gleich auch noch ein Video. Ich drehe jetzt gleich auch noch ein Video. Guckt mal vorbei und ich hoffe, oder willst du das Video schon nehmen? Nein. Okay, dann komm. Was machen wir jetzt machen, Max? Also wir, äh, mein Buch macht gerade Selbstbedienung. Ja, wir können uns ja nochmal ein anderes Fahrrad zeigen. Ich bin jetzt noch nicht da dran, weil es draußen halt schon dunkel ist. Es schneit auch draußen. Also ich und Max, als ich übernachte, der Max und die dachte uns, ja komm, lass doch ein Video aufnehmen. Ja. Also das ist das Fahrrad von meinem Papa. Und hier eine Scheibenbranche dran, eine 24-Gang-Schaltung. Ja, hier vorne drei Witzel drauf und einfach Blitzschaltung. Leine Feder, vorne Scheibenbranche machen. Auch ganz normale Wechsel auf Zollräder. Und Alu-Rahmen. Und Tränkhalter. Ja. Ähm, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal und tschau. Tschau, Facts. Tschau, Facts. Tschau.